Formen der Akne Bodybuilder Akne Dopingmittel oder Anabolika zur Leistungssteigerung bringen nicht nur schwere Gesundheitsrisiken mit sich, die sich unter Umständen erst Jahre später bemerkbar machen können, ihre Einnahme kann auch von heute auf morgen verräterisch zutage treten, in Form der sogenannten Bodybuilder Akne. Dann treten plötzlich Hautveränderungen an Gesicht und Rücken auf, bei jungen Männern, die noch nie Akne hatten. Oder eine bislang leichte Akne explodiert geradezu über Nacht. Etwa bei der Hälfte aller Fälle von Anabolikamis Brauch kommt es zu einer solchen Bodybuilder Akne.